Und hier können wir dann einfach mal 446 Euro in unter einer Stunde verdienen. Herzlich Willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video werde ich euch mal eine neue Künstliche Intelligenz vorstellen, die tatsächlich viel besser ist als ChatGPT. Und nicht nur doppelt so gut, sondern tatsächlich dreimal besser. Warum diese neue Künstliche Intelligenz tatsächlich dreimal so gut ist wie ChatGPT, werde ich in diesem Video natürlich ganz genau erläutern. Zum einen natürlich ist diese neue Künstliche Intelligenz komplett unbekannt. Das heißt, es gibt viel, viel weniger Konkurrenz. Und zum anderen arbeitet diese neue Künstliche Intelligenz noch viel sauberer und effektiver als ChatGPT. Wenn dir diese Videos gefallen und du noch weiter Künstliche Intelligenzen kennenlernen willst, gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für einen zweiten Teil und dann starten wir auch direkt schon durch. Und zwar werde ich euch in diesem Video noch einen Trick verraten, wie ihr die neue Künstliche Intelligenz für euch arbeiten lassen könnt. Und das Ganze tatsächlich immer und immer wieder. Außerdem gibt es in diesem Video eine genaue Erklärung, wie ihr tatsächlich über 400 Euro in unter einer Stunde mit dieser neuen KI verdienen könnt. Wichtig, dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachmachen und ich garantiere dir, es wird dich verblüffen, was heutzutage alles durch künstliche Intelligenzen im Internet möglich ist. Ganz wichtig, lehn dich jetzt entspannt zurück und schau dir dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende an, wenn du das Maximale aus dieser Methode rausholen willst. Das Beste ist, in diesem Video wirst du lernen, wie du es schaffen kannst, Online-Geld zu verdienen ohne Startkapital und wie du das Ganze auch schaffen kannst, ohne ChatGPT benutzen zu müssen. Mein Name ist Leon Kramer und auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen mit künstlichen Intelligenzen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, dann kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren und bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen aufzubauen. Und wie gesagt, wenn du mehr von solchen Videos in Zukunft haben möchtest, gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, dann würde ich mal sagen, ohne groß Zeit zu verlieren, fangen wir direkt an mit Schritt Nummer 1. Es gibt hier auf YouTube natürlich mittlerweile sehr, sehr viele Videos, die ihr euch erzählen wollen, wie ihr ganz schnell mit ChatGPT Geld verdienen könnt. Allerdings muss man sagen, es gibt auch bei ChatGPT in letzter Zeit ab und zu mal Probleme, dass man sich nicht anmelden kann und damit ihr diese ganzen Probleme umgehen könnt und eben trotzdem durch künstliche Intelligenzen viel mehr Geld sogar verdienen könnt, als nur mit ChatGPT, gibt es jetzt in diesem Video mal eine Alternative und zwar diese neue Plattform. Und zwar die neue KI-Plattform, die ihr garantiert noch nicht kennt, heißt WriteSonic, bester KI-Autor zum Erstellen. Und hier könnt ihr eben richtig gut, vor allem auch kostenlos, Text erstellen lassen. Das Ganze funktioniert schneller, besser und effektiver als bei ChatGPT. Und das Ganze wird hier sogar auf der Seite zehnmal schneller eben angegeben. Und vor allem, was hier richtig super ist, es gab ja bei ChatGPT immer mal die Probleme, dass man zum Beispiel ja dann potenziell Plagiate hat. Und hier, was ich richtig gut finde, hat man eben plagiatsfreie Inhalte. Und wie ihr hier mit einem ganz, ganz einfachen Trick auch noch das Maximale rausholen könnt und sogar das Ganze dauerhaft kostenlos nutzen könnt, das werde ich euch heute zeigen. Und zwar, ihr könnt euch hier kostenlos anmelden, indem ihr auf Start Writing for Free klickt. Hier könnt ihr euch dann einloggen, wenn ihr schon einen Account habt. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, und zwar hier bin ich jetzt in meinem Account eingeloggt und hier haben wir jetzt verschiedene Optionen. Hier sehen wir beispielsweise, haben wir den Chatbot Chatsonic. Da steht sogar lustigerweise VChatGPT. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Hier haben wir auch die Option, dass man eben seine eigene künstliche Intelligenz erstellen kann. Und das ist wirklich einzigartig, aber das ist wie gesagt überhaupt noch nicht alles. Und zwar hier haben wir speziell für die verschiedensten Bereiche, ich kann es ja mal ganz kurz hier genauer zeigen, für Facebook-Anzeigen, LinkedIn-Anzeigen oder auch hier Texte für Firmen, Umfragen und so weiter oder auch hier für den E-Commerce-Bereich, Produktbeschreibung, Amazon-Beschreibung und so weiter und so fort, für soziale Medien, für alle möglichen Optionen gibt es hier schon vorgefertigte Bereiche beziehungsweise genaue künstliche Intelligenzen, Instagram-Bildunterschriften, LinkedIn-Beiträge, sogar Twitter-Tweets kann man sich hier vorschreiben lassen, Landingpages, also alle möglichen Optionen gibt es hier. Und ein Bereich, auf den wir uns heute mal fokussieren wollen, ist das ganze Thema Produktbeschreibung, weil man wirklich in diesem Bereich richtig gutes Geld verdienen kann. Und jetzt werde ich euch direkt einmal einen Hinweis geben, und zwar hier steht zwar, hier haben wir einen kostenlosen Plan, dass man hier erstmal 2500 Wörter kostenlos eben schreiben kann und danach eben dann im Normalfall bezahlen müsste. Aber ich kann euch garantieren, ich werde euch in diesem Video nochmal einen Trick verraten, wie ihr hier das Ganze wirklich komplett kostenlos, dauerhaft benutzen könnt, auf legale Art und Weise, das ist mir ganz wichtig. Ja, zuerst werde ich euch nochmal natürlich zeigen, wie viel ihr hiermit ungefähr verdienen könnt, mit sogenannten Produktbeschreibungen beispielsweise in einem Online-Shop. So, hier sind wir jetzt zum Beispiel mal auf Fiverr, und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, es geht natürlich auch mit zahlreichen anderen Plattformen, wie zum Beispiel Freelancer Map sehr, sehr gut, und hier habe ich jetzt einfach mal Produktbeschreibung eingegeben. So, hier habe ich mal ein Beispiel rausgesucht, und zwar ein deutscher Verkäufer, dass ihr auch seht, dass das Ganze in Deutschland, beziehungsweise auf Deutsch funktioniert. Hier werden zum Beispiel Produktbeschreibungen für einen Online-Shop angeboten, und er hat hier schon alleine über 190 Bewertungen, mit natürlich fünf Sternen. Und was wir hier sehen, ist natürlich wirklich er absolute Hammer. Ich kann es nochmal ganz kurz zeigen, hier wirklich einfach mal 300 Wörter, also nicht 1.000 Wörter, nicht 2.000 Wörter, nur 300 Wörter, und damit verdient man hier schon im Standard-Paket 446 Euro, im Normal-Paket tatsächlich schon über 770 Euro, und im Premium-Paket über 1.300 Euro. Das ist wirklich Hammer, und zwar eine einzelne Produktbeschreibung pro Produkt mit einem Titel, und wie ihr das Ganze wirklich richtig stark machen könnt, zeige ich euch jetzt. So, und zwar sind wir dazu jetzt hier wieder bei Riot Sonic, und hier klicken wir jetzt einfach mal auf Produktbeschreibung rauf. und hier können wir jetzt das Ganze ganz genau auswählen, und zwar Name des Produkts, zum Beispiel hier, Klassiker sind natürlich immer sowas wie Handyhüllen, Handyhülle, Produktdienstleistungsmerkmal, zum Beispiel schwarze Handyhülle mit einem Griff für die Finger, zum Beispiel solche Sockel hinten an der Handyhülle, das kennt ihr vielleicht, ich glaube, die heißen irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, schreibt man in die Kommentare, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine, und hier könnt ihr das Ganze dann nochmal eben ganz genau eingeben, wie wirklich diese Beschreibung sein soll, also spannend, aufregend, professionell, ermutigend, komisch, dramatisch, geistreich, also ihr könnt wirklich auch die Art des Textes eben gestalten, das heißt, beziehungsweise vorgeben, ansprechen, natürlich soll die ansprechend sein, dann natürlich auf Deutsch, Schlüsselwörter könnt ihr noch eingeben, und nochmal die Qualität, Premium, und wir wollen natürlich nur hier Premium, wir wollen ja keine durchschnittliche, und jetzt können wir das Ganze hier auch schon erzeugen lassen, und dann werde ich euch gleich mal das Endergebnis zeigen, das heißt hier, zack, generiert das Ganze kurz, und wirklich innerhalb von Sekunden haben wir hier das Ergebnis, und schon haben wir hier die perfekten Ergebnisse, und die können wir jetzt einfach kopieren, und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, und jetzt können wir uns diesen Text sogar nochmal umschreiben lassen, wenn wir es denn wollen, und zwar hier zum Beispiel mit der Website text-online-umschreiben.de, hier können wir jetzt den Text einmal einfügen hier, und hier dann umschreiben lassen, und dann bekommen wir hier auch schon wirklich innerhalb von kürzester Zeit ein Ergebnis. Und ja, ich weiß, man hat hier bei WriteSonic jetzt teilweise nur begrenzte Anzahl von Wörtern, aber wie ihr das wirklich immer wieder neu aufladen könnt, kostenlos, zeige ich euch gleich. Und zwar, wenn ihr auch immer wieder zwischendurch online Geld verdienen wollt, habe ich euch mal diese Seite rewards.de in der Videobeschreibung verlinkt, über den Link bekommt ihr auch einen Startbonus, und hier könnt ihr wirklich richtig gutes Geld verdienen, indem ihr zum Beispiel Online-Tests eben durchführt, zum Beispiel Webseiten, Apps oder Spiele testet, und ihr könnt dann hier in knapp 10 Minuten eben schon 10 Euro verdienen, das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut, und ja, mit dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr das Ganze einfach mal testen, was ich hier wirklich super finde. Hier tut ihr auch gleichzeitig noch was für den Umweltschutz, das heißt, für jede Auszahlung wird sogar noch mal ein Baum gepflanzt, das finde ich auch absolut genial. Und ja, hier könnt ihr eben sobald schon am ersten Tag über 40 Euro verdienen, mit dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr hier auf diese Seite direkt kommen, und hier auf kostenfreie Starten klicken, dann seht ihr schon, ihr bekommt hier durch mich schon, durch Leon Kramer, eben direkt einen Startbonus von 100 Punkten, diese Punkte sind auch bares Geld wert, könnt ihr euch auch direkt dann eben auf eurem Konto anzeigen lassen, und dann eben auch als echtes Geld auszahlen lassen, Link zu der Seite Rewards in der Videobeschreibung, dort bekommt ihr ja eben auch schon diese 100 Punkte, die bares Geld wert sind, als Geschenk gratis dazu. Und jetzt geht es weiter mit der KI. Und zwar, ihr könnt dann hier wie gesagt immer wieder Produktbeschreibungen, sogar extra zum Beispiel für Amazon, oder für bestimmte soziale Medien erstellen, und dann eben damit richtig gutes Geld verdienen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann bei Fiverr oder bei einer anderen Plattform, zum Beispiel Freelancer-Map oder Freelancing.com oder Freelancer.de, wenn ihr dort dann eben Aufträge bekommt, könnt ihr die Texte dann hiermit generieren lassen, umschreiben lassen, nochmal eigene Aspekte hinzufügen, und dann eben damit immer richtig gutes Geld verdienen. Und aktuell hat man hier vielleicht auf den ersten Blick ein Problem, und zwar, dass hier immer das Ganze natürlich sinkt, die Anzahl an Wörtern, die man hier zur Verfügung hat, aber dazu gibt es jetzt nochmal eine Lösung, und für diese Lösung kannst du auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen hoch geben, weil das wirst du garantiert noch nicht auf YouTube hier gesehen haben. Und zwar bekommt natürlich jeder neue Account hier bei Roidsonic immer wieder diese 2500 Wörter für den Start gratis freigeschaltet. Das heißt, man muss jetzt natürlich nicht ständig immer mit seiner eigenen, oder mit seinen eigenen E-Mail-Adressen das Ganze machen, weil dann hat man ja auch irgendwann keine eigenen E-Mail-Adressen mehr übrig. Und jetzt gibt es wirklich eine absolut geniale Lösung. Und zwar könnt ihr jetzt zum Beispiel einfach auf die Seite 10-Minuten-Mail gehen, und hier könnt ihr euch dann einfach kostenlos eine E-Mail-Adresse eben anlegen lassen, die wirklich 10 Minuten lang gültig ist. Das heißt, hier diese E-Mail-Adresse, die wurde uns jetzt generiert hier, die ist 10 Minuten lang gültig, die können wir jetzt hier kopieren. Und jetzt, wenn wir uns hier einen neuen Account erstellen lassen wollen, klicken wir eben hier rauf. So, und hier sehen wir das Ganze auch schon, man bekommt hier immer wieder dann 2500 kostenlose Wörter. Das heißt, hier können wir jetzt einfach die 10-Minuten-E-Mail eingeben und uns dann kostenlos anmelden. So, jetzt steht hier zwar, bestätigen Sie Ihre E-Mail, aber wie ihr das machen könnt, zeige ich euch auch. Und zwar, ihr klickt dann hier auf Verifizieren, dann wird euch eben ein Verifizierungscode zugesendet, und jetzt geht ihr einfach wieder zurück zu 10-Minuten-E-Mail, und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, hier bin ich jetzt wieder an meinem 10-Minuten-Mail-Account, und hier sehen wir auch schon, die E-Mail läuft jetzt in 6 Minuten ab, aber hier unten haben wir dann das Postfach, das heißt, hier können wir uns dann schnell verifizieren, indem wir dann hier, beziehungsweise hier haben wir dann die E-Mail, hier können wir dann den Code kopieren, und dann einfach bei Ridesonic einfügen. So, das heißt, hier fügen wir dann das Ganze ein, das heißt, hier, zack, verifizieren, und schon haben wir wieder einen kostenlosen Ridesonic-Account, und wie wir jetzt hier sehen werden, wenn das Ganze lädt, zack, haben wir schon wieder 2500 Wörter, und das eben komplett legal, ganz einfach, weil wir hier eben nicht bei unserem alten Account 2500 Wörter wieder gratis bekommen haben, sondern weil wir einfach einen ganz normalen neuen Account erstellt haben, mit unserer 10-Minuten-E-Mail-Adresse, und dann kann man hier einfach, wenn man die Wörter aufgebraucht hat, sich wirklich innerhalb von unter einer Minute mit der 10-Minuten-E-Mail-Adresse einfach die ganze Zeit einen neuen Account erstellen. Man muss sich auch keine Sorgen machen, dass man hier dann Werbung zugeschickt bekommt, weil man ja eben die 10-Minuten-E-Mail-Adresse eingegeben hat, und nicht seine private E-Mail-Adresse, und dann habt ihr hier wieder ganz normal das Ganze zur Verfügung und könnt es nutzen, wie ihr wollt. Das heißt, wenn euch dieser Tipp gefallen hat, auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen hoch geben und in die Videobeschreibung schauen, denn dort habe ich weitere spannende Ideen zum Online-Geldverdienen für euch verlinkt. So, und jetzt wird es nochmal extrem spannend, und zwar es gibt sogar eine Strategie, die noch einfacher und besser funktioniert als diese aus diesem Video, auch wenn man es kaum glauben mag, und zwar man kann eben auch eine Künstliche Intelligenz beauftragen, komplett passiv für sich selbst Geld zu generieren. Ich habe das Ganze natürlich schon gemacht, und meine Ergebnisse werde ich jetzt einmal präsentieren. Und zwar konnte ich mit der Methode, bei der ich eben eine Künstliche Intelligenz für mich habe, arbeiten lassen, in der allerersten Woche schon über 2.240 Euro verdienen. Das Ganze auch netto, sieht man hier oben auch, und damit ihr das Ganze auch kopieren könnt, haben wir dazu eine Lösung vorbereitet. Und zwar, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt, auf www.kigeld.com, kommt ihr direkt auf diese Seite, wie du 2023 eine Künstliche Intelligenz für dich arbeiten lassen kannst, und dir ohne Startkapital ein passives Einkommen aufbaust, da könnt ihr euch gerne nochmal dieses kurze Infovideo anschauen. Und hier in diesem Kurs zeigen wir nochmal die besten Strategien zum Geld verdienen mit Künstlichen Intelligenzen, die wir auf YouTube gar nicht zeigen. Das heißt, wenn euch diese YouTube-Videos schon gefallen, werdet ihr euch das hier umhauen, denn hier zeigen wir Strategien, wie man wirklich ohne Startkapital, ohne Vorwissen und ohne Risiko eben mit einer Künstlichen Intelligenz online Geld verdienen kann. Dass das Ganze nicht nur bei mir klappt, sondern auch bei anderen kann ich auch beweisen. Und zwar, gerade hat hier ein Teilnehmer von dem Kurs ein Review-Video auch auf YouTube hochgeladen. Das ist dieses hier, habe ich hier schon mal rausgesucht, und zwar von Logan Business, heißt der Kanal hier, sehen wir auch im Video, hat er tatsächlich auch schon mit dieser Methode über 1600 Euro verdient. Ich habe euch dieses Video mal in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen. Und ja, wenn ihr das Ganze selbst einmal testen wollt, könnt ihr hier auch mit dem Kurs schon aktuell für 0 Euro starten. Dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken, auf ki-geld.com, auf jetzt für 0 Euro starten klicken. Da öffnet sich schon diese Seite. Hier seht ihr auch schon, was alles im Kurs enthalten ist. Und was ihr hier auch seht, ist, dass ihr auch aktuell schon für komplett 0 Euro starten könnt. Ihr bekommt hier eine 24-stündige, komplett kostenlose Testphase. Und ihr habt hier auch kein Abo oder irgendwas, sondern nach der Testphase könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr das Ganze langfristig machen wollt. Habt dann zwei Optionen, eine Einmalzahlung oder eine Ratenzahlung und bekommt dann hier den Kurs wirklich lebenslang freigeschaltet. Und das ist jetzt nicht nur ein Kurs, der immer gleich bleibt, sondern hier werden wir wirklich laufend über die nächsten Wochen, Monate und Jahre immer die neuesten und besten Strategien hinzufügen. Das heißt, ihr habt hier eben den Vorteil gegenüber allen anderen Leuten, die diese neuen Strategien noch nicht kennen. Und ja, wichtig ist, ihr müsst hier eure E-Mail auf jeden Fall richtig eingeben und auch im Spam-Ordner schauen, weil manchmal laden dann die Zugangsdaten aus Versehen dort. Deswegen ganz genau schauen. Test das Ganze auf jeden Fall aus. Link zu dieser Seite in der Videobeschreibung. Dann hoffe ich natürlich, dass euch das Ganze gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nutzt diese kostenlose Testphase auf jeden Fall aus, denn die wird es nicht mehr sehr lange geben. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss.